Happy hier! Der zieht sich das Fressen natürlich. Der ist nicht ganz schön verfressen, der junge Mann hier. Das ist gut, da wird er nachher schön müde sein. Immer eine halbe Runde hinterher. Ja, ja, das wird ein großer. Wie alt ist der Emil? 2,5. Ah ja, auch noch ein kleiner. Ein junger Hund. Aber der wird nicht mehr größer. Hier ist was los wieder. Auf dem Wohnmobilstellplatz in Karlstadt.